Also ich war sehr beeindruckt von der Vielfalt der Themen, die behandelt worden sind. Es ging um rechtliche, wirtschaftliche, auch insbesondere kulturelle Fragen. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben eine sehr große Bandbreite zu den heute aktuellen Themen bezüglich Iran mitbekommen und da kann ich den Veranstalten nur sehr dankbar sein und auch herzlich gratulieren. Diese systematische und intensive Information über alles das, was man beachten muss, wenn man nach Iran exportieren will und welche Chancen es im Iran gibt, das war, glaube ich, einzigartig. Können Sie sich vorstellen, wieder dabei zu sein im nächsten Jahr? Auf jeden Fall. Also es kommen ja ganz spannende Zeiten auf uns zu, was Iran betrifft. Alle schauen ganz gespannt auf den Implementation Day und auf die Zeit danach und da wollen wir natürlich nichts verpassen.